Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was machen wir heute? Wir machen heute eine Hotchip-Channel. Wir machen richtig ohne Hotchip. Was heißt? Was heißt das? Also Leute, wir machen so. Einer stellt immer die Frage. Der steht hinter der Kamera. Die 4 beantworten. Dann wer am weitesten weg ist, kriegt 0 Punkte. Wer am nächsten dran ist 3. Dann 2-1, 2 drunter. Die zählen die Punkte. Und am Ende gibt es 2 Verlierer. Die 2 Verlierer werden sich diesen Hotchip teilen. Und dann seht ihr die Bestrafung am Ende des Videos. Deswegen bleibt dran. Adam, was müssen die Leute noch machen? Du musst liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und nicht vergessen, kommentieren. Ba, ba, ba. Erste Frage. Also 2006 ist eine Riesenschuldkröte, die heißt Adviata. Die ist gestorben im Jahr 2006 als Älteste ihrer Art im Zoo. Die Frage ist, wie alt wurde sie? 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 Ich hab eine Antwort. Okay. Ich bin ein Fuchs. Ich hab 200. Warte. 35. Ich hab 220. 250. Ich hab 142, Dicke. Also das ist 256. Woho! Nein! Wo war, Dicke? Ich bin ein Fuchs. Egal, komm. Nächste Frage. Wie viele Einwohner verlicht und stellen? Ich hab meine Antwort. Dicke, ich überleg bei sowas. Ich überleg nicht lange. Hast du schon mal verloren? Gute Taktik, Janine. Ich überleg nicht lange. Ja, okay. Okay, du fängst an und du fängst jetzt. Ich hab 35.000. Dicke, warte mal. Ich hab 44.000. Was? Ich hab mir erinnern verkackt. Ich hab auch verkackt. Ich hab 1,3 Millionen. Dude! Ich hab 400.000. Ich wusste nicht, dass es so wenig sind. Bruder, das ist ein Flagg. 39.000. Boah! Okay. Wie oft schauen wir pro Tag durchschnittlich auf das Handy? 99. Ich hab 95 gesagt. Ich hab 70. Ich hab 25. Jason, du hast 25. Ey, Mann, Dicke! Ey, Dicke! Lass mal aufhören. Ich höre. Ich hab keine Lust mehr, Dicke. Ich hab diesen Luft an zuerst, Dicke. Das geht nicht hin. Wie viel sind's? 88. Aber egal, Jungs, wisst ihr was? Ich hab noch so viel Zeit. Nächste Frage. Was ist der aktuelle Marktwert von Union Berlin? Von der ganzen Mannschaft? Nein, ganzen Mannschaft. Ganzer Mannschaft. Ganzer Mannschaft. Egal. Okay. Ich hab los. Vielleicht hab ich schon wieder richtig verkackt, Dicke. Ich erinnere noch mal kurz. Simon. Eine Sekunde. Ebenmal, du brauchst so lange. Simon. Du hast Fußball? Nein. Du hast Fußball, Dicke. Nein. Egal, man nimmt diese Zahl. 15 Millionen. Was? Was? Ich hab 150 Millionen. 340 Millionen. Dicke. Ich hab 80 Millionen. Also ich krieg Jason. Also Adam hat verkackt. 104 Millionen. Das heißt, Simon ist übernäher dran als Adam. Man, Dicke. 104 Millionen. Aber wie ist das? 150 Millionen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Dicke. Ich bin der Sieger. Jason. Let's go. Man, Dicke. Ich mach ein Comeback. Wie oft ist Drake, der Rapper, Platin gegangen mit seinen allen Singles, intrusive Features? Alle Singles? Ja? Maximal. Ich hab keine Ahnung. Einmal wie viele verschiedene Lieder er Platin gegangen ist. Aber wo er auch Feature drauf war. Aber zählen zum Beispiel ein Lied, wo er mehrmals Platin gegangen ist? Nein. Einmal. Okay, klar. Warte, Rapper. Ich weiß gar nicht. Seine ist zu viel, aber ich halte viel von Drake. Ich muss einen Tipp geben vorher, Dicke. Ich sag ganz ehrlich. Hast du fertig, jeder? Jeder von euch hat zu viel. 100 Prozent. Sollten wir jetzt essen? Neun, Robert. Neun? Doch, nicht so. Boah. Wie wer sagt? Höchst? Ja, 60. Okay, du? 22. Okay, du 100. Wir wünschen uns am nächsten Rand. Boah! 95, Dicke. Da! Ich hab doch 80 stehen, Dicke. Ja, dumm. Wie lange braucht der Schall, um einen Kilometer zurückzulegen? Der Schall für einen Kilometer? Ja. Du kannst ja null kommen, oder? Ja, aber der... Du kannst ja mit Kameras nicht schreien, ja. Habt ihr? Nein. Ich hab meine Antwort auf. Warte, warte. Ich muss anfangen, ne? Ich hab 0,8 Sekunden. Ich hab eine Sekunde. Ich hab 2,8. Ich hab sieben Sekunden. Boah, sieben! Ey! Drei Sekunden. Aber wenigstens ist trotzdem... Boah! Du bist weiter schreien. Ja, ich weiß, aber... Drei Sekunden, Dicke. Das war ja bei 0,1 Sekunden. Ich hab das bei 0,1 Sekunden. Das ist ein 3,8 Sekunden. Ich hab das bei 0,1 Sekunden. Ich hab das bei 0,1 Sekunden. Das ist ein 2,1 Sekunden. Adam ist 1. Du bist 2. Ich bin 3. Ich hab das bei 0,1 Sekunden. Nächste Frage. Ihr wisst ja Bescheid alle. Bei Google und Einkommen ist immer so eine Sache. Aber was ist das jährliche Einkommen von iShow Speed? Jetzt gerade mit dem Bild von Ronaldo. Jährliches Einkommen? Ja, ja. Von Google? Von Google. Von Google. Also... Was ich ganz gerne mache. Ich einschätze. Ihr müsst nicht schätzen, was das Einkommen ist. Ihr müsst schätzen, was Google sagt bei Google. Was er in dem Jahr verdient hat. Oder was jetzt? Ja. So durchschnittlich sprechen wir ja... Ich muss jetzt ein paar Punkte machen. Ich bin nett. Ja, Digga. Ja, okay. Ich fang an. Ich hab 4,5 Millionen. Bruder, bin ich am Arsch? 155.000. 155.000. 155.000. Ich hab 700.000. Ja, das sind 200.000. Aber ich sag dir ehrlich. Ich dachte ehrlich. Ich hab safe gesagt. Ich hab safe gesagt. Aber ich sag dir ehrlich. Nur wenn du sagst. Ich hab auf Google so. Ich hab automatisch zugepasst. Wenn du tippt. Das Google. Ey, ich glaub ich muss ne Rotschip essen, Digga. Das ist jetzt letzten beiden Fragen. Du musst erster werden. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Wie viele Fragen sind noch? 2, 3. Und eine davon muss ich stehen, Digga. Ah! Du bist am Ende. Okay. Wie viele Zähne hat ein Eisbär? Bruder. Wie viele ist ein Mensch? Tschür mal, tschür mal, tschür mal. Wer hat ein Mensch? Ich glaub 60. Bruder, sag Eisbär noch nicht. Nee, sag das schon nicht. Er sagt 14 Menschen. Na ja, noch. Ich hab mich fach. Er weiß einfach schon. Das therapiert meinen Kopf richtig, Digga. Ich rate einfach hier raus, Digga. Ist egal. Ich kann eh nicht mehr verlieren. Ja, lass mal. Ja, okay. Soll ich anfangen, Artikel? Ja, ja. Ich hab 30. Ich meinst du 49. Ich hab 40 gesagt. Ich hab 46. Das sind genau 42. Wie viel hast du? 14. Ich bin schon... 1, 2, 3. Der ist gesetzt. Der ist schon verloren. Der ist schon verloren. Der Junge hat gewonnen. Guck mal. Ich bin heute sogar noch extra zu dem Laden gefahren. Ich hab diesen Hotchip geholt. Ich hab noch mit Vincent diskutiert. Ich meinte noch, Digga, das ist keine gute Idee für ein Video. Ich hab keine Lust zu sterben. Ich dachte mir am Ende, ich fahr einfach hin, Digga. Komm, ist egal. Ich muss den eh nicht essen. Und was passiert, Digga? Ich bin der Letzte, Digga. Das ist nicht Witzig. Willst du machen? Nein, Digga. Wie groß ist Dirk Nowitzki? Wer ist das? Oh shit. Ah, Basketballspieler, wa? Digga. Er hat Simon Weiß safe, Digga. Nicht ganz genau, aber man hat so eine... Ich glaub ich weiß. Man kennt mich nicht und falsch. Digga, das sind Männer falsch locker. Egal, lass jetzt. Okay, A-Token. Komm, komm. Okay. 27. 2, 9. 2, 12. 2, 7. Ich bin schon wieder der Letzte, oder? Ich glaub es ist 16. 2, 13. Ich bin nicht Letzte. Boah, guck mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Ich muss ehrlich sagen, der heute... Man, Digga. Ich weiß nicht, wie groß dieser Bruder ist. Leute, mich kann nichts abhalten. 2,13 Meter? Mhm. Moment, glaubst du mir, ich wollte 2,13 Meter aufschreiben, aber ich dachte mir, ich spiel lieber ein bisschen runter. Hey, meine Frage ist super nice. Ich würde gerne von euch wissen, in welchem Jahr, in welchem Monat und an welchem Tag, also das genaue Datum, wann Clash of Clans erschien ist. Das Spiel Clash of Clans. Tag, Monat, Datum. Bruder, ich wünsche einen guten Appetit auf diesen Chip. Warte mal ab, bevor du mich auch noch rein bist. Bruder, das sieht gut aus. Mal eins. Ich hab mein Datum. Ich hab mein Datum auch. Wenn ich jetzt wieder gewinne, ich kriege einen Joey auch noch von irgendwem. Bruder, bist du geistig bin? Ja, okay, mir. Ich esse erst dort Chip und dann... 26.04.2010. 2007.2008. 16.03.2013. Vierter, dritter, 2014. Eins. Welche? 2012. 2012. 2012. Ich hab 2 Punkte. Ich hab 2 Punkte. Wir müssen Entscheidungsfragen machen, Adam. Ja, ja. Jetzt schnau ich meinen Kopf. Okay, Jungs. Jetzt hier bereit für die entscheidende Frage. Wer mit mir dieses Notchip essen darf? Die entscheidende Frage ist, wie viele Sitzplätze hat ein ICE der Deutschen Bahn? Oh, je. Ich glaub, du hast kein Wort, wenn du ein Wunder gefahren bist. Nice. Ich mach's gut. Ich weiß auch nicht. Digga, ich mach jetzt einfach. Pass auf Freestyle. Hab die beiden, hab die beiden, hab die beiden. Wir zeigen gleichzeitig. Hab die beiden? Warte kurz. 2.200. Ja, okay. Was ist denn? Ja, guck mal, Digga. Du bist 1.000. 2.000. Ich hab gar keinen Plan für ihn. Einmal, glaube ich. 510 hab ich, manch. Ich war... 440. Ja, geht's. Einmal, ganz gut. Ich hab 480 gerade. Leute, ich bin sehr, sehr froh, denn immerhin hab ich hier einen Bruder neben mir zusammen sterben. Digga. Das muss älter sein. Also, Leute. Ich pack den beiden jetzt noch nicht aus. Ich hab die Speise aus, wenn du essen würdest. Das ist sehr tiefstehend. Jungs, Jungs. Seht ihr diesen Handschuh? Seht ihr diesen Handschuh? Der sagt schon viel aus. Boah. Digga, das ist 2,2 Millionen Gewinner dieser Chip. Ich bereite das hier jetzt vor. Man muss extra Handschuhe anziehen. Weil, seht ihr was? Ich weiß gar nicht, was steht hier. Da haben irgendwelche Sticker. Hier ist er drin. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da hast du schon Bock? Das darf ich einfach riechen. Aber halt nicht. Nein. Er riecht nicht so schnell. Er riecht nicht so schnell. Er riecht nicht so schnell. Ja, das ist okay. Oh mein Gott. Gott, Digga. Ich gebe ihn. Komm, 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 komm. Er kommt immer noch. Er kommt 15 Sekunden. Ah, Digga, du machst immer. 26 Sekunden. Du bist er. Du bist er. Du bist er. 40 Sekunden, Digga. Digga, Digga, du bist er. Du bist er. Du hast den Kopf gemacht? Du willst den Schuss? Ja, ich habe einen Schuss! Du hast einen Schuss, du hast einen Schuss! Du hast einen Schuss! Du hast einen Schuss gemacht? Hey, halt auf zu lachen! Ich muss auch lachen, aber ich bin nicht... Ich schwöre, man muss die ganze Zeit los trinken. Jason, ich hab schon gekauft, ja. Das geht wieder? So eine Liege. Nein, der Schmerz am Anfang war... Ah, war schlimm! Nein, nein, nein! Ist immer noch sehr schlimm, Alter. Guck mal, hier oben berät man die ganze Kippe auf. Jason und ich sind heute gestorben, aber wir haben uns die Männer durchgezogen. Okay, wie Mem eigentlich, aber egal. Okay Leute, vergesst nicht, liken, abonnieren, kommentieren und teilt das Video mit euren Freunden. Aktiviert die Glocke. Ich bin gestorben, es brennt immer noch so sehr. Nein, 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 nein! Nein, nicht schuldigung! Toi, 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 toi! Du hast richtig zuvor. Komm, komm! Dann fallen wir beide rum! Nein, toi, 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 toi. Komm! Drei, zwei, eins! Oha! Oha! Töppwe? 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 Oh Gott, das ist das.